Wir haben viele verschiedene Programme, wie zum Beispiel Teambilding-Event oder auch Weiterbildungen. Da haben wir Generikas angeschaut oder Dermatologie und vieles mehr. Eine Sache, die ich gelernt habe und die ich mit meinem Formativen durchführe, ist, wie man sich mit der Klientel besser beinahe, wie man ein bestimmtes Produkt verkauft hat und vielleicht auch die Posture und viele Dinge für die Verhandlung. Die Verhandlung des Camps ist vor allem ein Teil für die Lehrerinnen, um andere Personen zu treffen, die das gleiche Betrieb als sie. Es ist vor allem ein Möglichkeit, seine Pharmacie zu entfernen und mit anderen Intervenanten zu verbinden, um eine andere Weise zu arbeiten und um die Verhandlung der Klienten in der Pharmacie zu verfolgen. Die Lernenden sind die Zukunft von unseren Apotheken. Darum ist es wichtig, dass wir sie motivieren und ihnen möglichst früh auf den Weg geben, wie wichtig es ist, die Kunden zu begeistern und zu verblicken. Die Verhandlung des Camps ist für die Zügel aus. Für die Zügel aus den drei Monaten, die ich denke, sie sind sehr gut, und sehr variier. Danke für die Verhandlung, und wir sehen uns wieder in der nächsten Mal. Musik